Ich bin die Valmira Alessi. Ich mache Music-Videos, Rap-Videos, um genau zu sein und singe auch in der Zöhe und mache Make-up-Tutorials. Also ich bin ja jetzt schon gross. Mediopräsenz. Kann man die Frage überspringen? Ponda. Brockel. Und... Wie? Ein Leopard. Sitz in Panadollarscheinen, mache mani. Das geht mir, das ist das Persönliche, die Frage, ja. Ja. Sky is so fly, zieht euch alle rein. Ich fahr mit dem Lambo von Gondor nach Bitch und bin fucking rich. Bitch. Ich suche mir einen Tiger und hole ihn mit dem Flieger. Bitch.